Hallo und herzlich willkommen zum Jahresabschluss-Video auf diesem Kanal HitDice, beziehungsweise die 20 Sounds enden. Wir werden das Video auf beiden Kanälen hochladen, denn sowohl der Martin hat ja ein bisschen was über seinen eigenen Kanal zu erzählen, als auch die Sachen, die mehr mit HitDice zu tun haben. Deswegen packen wir das so ein bisschen zusammen. Warum machen wir das Ganze für euch? Nun zum einen, weil es euch möglicherweise interessiert, ganz schlichtweg, was in so einem Jahr passiert, wenn man ja bei YouTube präsent ist und dann so stark in der Szene auch irgendwo. Und zum anderen, vielleicht habt ihr ja selber mal überlegt, Videos machen zu wollen oder irgendwelche Projekte zu starten. Vielleicht gibt euch das ja so ein bisschen so einen Einblick da rein, was dann so die Dinge sind, die sich daraus ergeben können zumindest. Martin, hast du ein paar erste Worte? Ja, ich möchte noch den dritten Punkt anregen, weil es ist uns ja auch immer wichtig zu hören, was andere Leute über unsere Arbeit sagen. Und zwar nicht dieses, ja, ihr macht das total toll, da freuen wir uns natürlich auch drüber, sondern habt ihr konkrete Vorschläge, wo ihr denkt, das sollten wir auf jeden Fall machen, hat euch irgendwas besonders gefallen oder überhaupt nicht gefallen? Lasst es uns einfach wissen, weil wir sind natürlich auch ein bisschen abhängig davon, in dem, was wir machen, ein Feedback zu bekommen. Und das ist manchmal schwierig. Mal ist es ein Kommentar, dass jemand schreibt bei mir zum Beispiel oft, ja, der Song gefällt mir total gut oder kannst nicht mal was in 20 Minuten machen. Aber oft fehlt so ein bisschen das Feedback. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr was schreibt. Und der Vorteil an der Sache ist, ihr kriegt nicht nur dann den Content, den ihr euch wünscht von uns, sondern wir wissen auch ein bisschen konkreter, was das ist. Also ich kann mir natürlich überlegen, ich finde dein Thema besonders spannend und möchte dazu gerne was machen. Aber ich erfahre erst hinterher, ob es jemandem wirklich gefällt. Wenn ihr uns dann sagt, was euch besonders gut gefallen hat, dann hilft uns das natürlich auch ungemein. Das hilft ja auch Martin bei seiner Musik sehr, wenn er weiß, welche Richtungen euch am meisten interessieren. Ich kann es kaum fassen, dass es rum ist. Das Jahr war wirklich wow. Da haben wir auch ein paar schöne Sachen zusammen gemacht. Auf jeden Fall. Also es war nicht wieder so ein Corona-Jahr. Dafür war es halt mit ganz anderen Dingen gefühlt. Das war schon spannend. Wie hat sich das denn so in Zahlen bei dir so ausgelebt im letzten Jahr? Fangen wir mal damit an. Mal so richtig schöne Statistik. Ihr liebt doch Zahlen. Also ich habe immer so um 100 Aufrufe für die Videos, die ich mache als Musiker. Das hat sich gar nicht so großartig verändert. Die Abonnentenzahl steigt permanent, aber langsam. Ich bin jetzt so kurz vor 600. Es gibt aber immer so persönliche Ziele, die ich auch in Zahlen fasse für mich. Und mein nächstes persönliches Ziel ist am 7. Januar erreicht. Und da habe ich auch schon die Voraussetzungen geschaffen dafür. Es sind nämlich dann zwei Jahre lang. Nein, es sind 100 Wochen, 100 Songs. Ich habe jede Woche einen Song hochgeladen bei YouTube. Über 100 Wochen. Und da bin ich echt schon ganz schön stolz drauf. Zumal es sind ja auch noch, also es sind in diesen knapp zwei Jahren mehr als 100 Songs geschrieben worden. Ich habe noch ein Album geschrieben. Ich habe drei Alben geschrieben. Ich habe die Zwergenlieder gemacht mit Mariano. Ich habe für andere Sachen Musik geschrieben, wo wir gleich noch zu kommen. Und ich glaube, ich habe dieses Jahr, also grob geschätzt, 90 Songs geschrieben. Das ist so viel. Ja, ich fasse es auch selbst kaum noch. Und es macht mir einen unglaublichen Spaß. Und glücklicherweise, ich bin ja auch so ein bisschen davon abhängig. Ja, ich mache ja Musik seit ich Ende 20 bin, professionell. Und die Auftritte sind halt jetzt nicht mehr. Es hat sich glücklicherweise auch in Patreon-Zahlen niedergeschlagen. Das heißt, es gibt inzwischen echt einige Leute, die sagen, das ist es mir wert, was der Martin macht. Und der macht auch immer schöne Sachen für uns. Auch dazu kommen wir noch. Ja. So, das sind schon meine Zahlen. Wie sieht es denn bei dir aus, Dustin? Oder bei uns? Wir haben gute Zahlen auf jeden Fall gehabt in diesem Jahr. Insgesamt liegen wir bei knapp 70.000 Videoaufrufen, die so dabei sind. Das ist 34 Prozent mehr als im Jahr davor. Und die Wiedergabezeit liegt auch bei 5.620 Stunden ungefähr. Das ist auch 6 Prozent mehr als im Jahr davor. Das heißt, wir wachsen weiter. Wir wachsen also nicht nur in Abonnenten. Es sind 550 Abonnenten ungefähr in diesem Jahr dazugekommen. Sondern generell auch. Und diese Abonnenten, die kommen großteilig tatsächlich über unsere Videos. Also 340 von denen sind durch Videos auf ein Abo gekommen. 190 noch über Sonstiges. Das heißt, das läuft ziemlich gut. Wir werden bei YouTube tatsächlich gut wahrgenommen mit unseren Sachen. Es gab ziemlich viele Videos. Wir haben insgesamt 151 öffentliche Videos gemacht. 30 Shorts und zwei Livestreams. Und davon sind tatsächlich auch über 60 Prozent über die YouTube-Suche gekommen. Das heißt, die Leute finden uns wirklich über Google und über YouTube und nicht durch die Eigenwerbung, die wir machen. Die macht nur 14 Prozent aus insgesamt. Das heißt, wir müssten gar nicht so viel Werbung machen. Es läuft von selbst inzwischen ziemlich gut. Das gefällt mir natürlich auch gut. Weil Werbung machen einfach weniger Spaß. Aufrufe hattest du vorhin auch einmal angesprochen. So 100 Aufrufe hattest du ja gesagt. Das ist bei HitEyes so ähnlich. Also die Shorts laufen etwas besser mit so 130 bis 220 Aufrufen. Die Videos so 90 bis 160 im Schnitt. Und Impressionen ist eine wahnsinnige Zahl. Das heißt also, wie oft Leuten irgendwas angezeigt worden ist bei YouTube. Das ist natürlich auch so, dass sie nur auf einen bestimmten Prozentsatz dann klicken. Aber wir haben 925.000 Impressionen. So oft wurde ein Video von HitEyes irgendwo angezeigt. Das ist schon krass. Abo-Zahlen. 60 Prozent der Leute, die unsere Videos gucken, haben nicht abonniert. Wenn ihr dieses Video also gerade schaut und euch denkt, hey, ich finde das Zeug eigentlich cool, ist das der Moment, um auf Abonnieren zu klicken. Denn gerade mal 40 Prozent unserer Abonnenten sehen die Videos. Also das heißt, wir werden auch extern, aber gut gesehen. Das ist bei mir genauso. Also sogar ein bisschen weniger. Ich habe, glaube ich, 70 Prozent der Leute, die meine Musik hören, sind keine Abonnenten. Also auch hier nochmal, abonniert doch einfach. Genau, ändert das. Warum nicht? Es kostet nichts. Genau. Die besten Videos, eins davon ist tatsächlich, also das beste Video aus dem letzten Jahr oder was die meisten Aufrufe generiert hat, ist immer noch das mit dem Freistellen von Bildern. Das ist natürlich ein bisschen themenfremd. Da kommen natürlich auch Leute dann drauf, die sich gar nicht für Rollenspiel interessieren. Aber das läuft ziemlich gut. Dann kommt tatsächlich ein Kultvideo. Und zwar das zum Jenseits des Schleiers, zu den Archonten und Todesengeln, was unheimlich viele Leute irgendwie anzieht, die auch nicht aus der Szene kommen. Manchmal sehr komische Kommentare produziert. Und danach geht es mit Dungeon Draft weiter, was mich auch etwas überrascht hat, weil es ja immer noch 2D ist und nicht 3D-Karten, wovon ja einige coole Programme rausgekommen sind in diesem Jahr, so mit Dungeon Alchemist und mit, hast du nicht gesehen, da ist ja einiges passiert auf jeden Fall. Und dann kommt D&D-Zeugs ganz viel. Ja, und damit bin ich auch schon so ein bisschen durch die Zahlen durch. Ich will euch jetzt nicht todes langweilen hier, aber vielleicht interessiert es euch einfach mal, wie so ein Kanal sich so entwickelt und was sich dann für uns auch so vielleicht daraus ergeben hat. Denn das Nächste wäre jetzt sozusagen Themen, die wir mit Videos bearbeitet haben. Möchtest du erst mal anfangen? Lass mich dir noch eine Frage stellen. Bitte. Dass denn so viele Aufrufe, so viele Abonnenten, du musst steinreich sein, würden viele Leute sagen. Ich habe neulich eine Diskussion gesehen bei Facebook. Also wohin mit dem ganzen Geld? Wohin mit dem ganzen Geld? YouTube-Werbung generiert nicht besonders viel Geld. Also im Moment liegen wir nicht ganz bei 20 Euro. Das heißt, über das ganze Jahr verteilt sind, glaube ich, Werbeeinnahmen von 240 Euro oder so reingekommen. Ich komme nachher noch mal so ein bisschen zum Finanzieren von dem ganzen Kram. Das Geld ist auf jeden Fall immer komplett weg. Und zwar alleine für die laufenden Kosten, die so ein Kanal erzeugt, wenn man das so betreibt, wie wir das machen. Ja, okay. Dann Entschuldigung fürs Unterbrechen. Nee, ist ja keine Unterbrechung. Jetzt wäre ja der nächste Punkt auch dran gewesen. So thematischer Kram. Hast du auf deinem Kanal, auf die 20 Sounds auch so thematisch geordnet, ein bisschen was gemacht? Also hast du eine Themenentwicklung in deinem Kanal gesehen in diesem Jahr? Nee. Also ich schreibe ja Musik. Und was ich persönlich als Themenentwicklung habe, ist, bei mir kommen oft Patreons an, sagen, kannst du nicht mal das und das machen, kannst du nicht mal das und das machen. Oder auch Kommentare bei YouTube. Und ich bin total froh, dass das gemacht wird. Und ich mache das auch gerne. Und ich mache das auch gerne. In der nächsten Mal. Und ich mache das auch gerne. Trotzdem ist es so, ist das Feedback, was ich immer wieder bekomme, schickt mir mehr Atmosphären, davon brauchen wir am meisten. Also ich mache das jetzt auch nicht auf YouTube wegen der Zahlen, sondern einfach so, was wollen die Leute, was schreiben die mir, was die gerne hätten und dann versuche ich das irgendwie umzusetzen. Woraus sich wiederum ja aber auch die Zahlen dann wieder ergeben. Also wenn man das macht, was die Leute wollen, ist ja auch gut. Sagtest du ja schon, ne? Schreibt was, was ihr wollt. Genau. Wie sieht es bei uns aus? Sieht es bei uns aus, ja. Also Anfang des Jahres, ich komme nachher nochmal dazu, was so coole Sachen waren, die in diesem Jahr passiert sind, aber es hat sich so von Anfang an des Jahres so ein bisschen rauskristallisiert, dass mehr D&D-Kram kam und mehr Systemvorstellungen. Das liegt ein bisschen an der Verlagsarbeit, sage ich nachher nochmal was zu. Also ich gehe mal einfach so durch, so ein bisschen so durch die Sachen, die so in den verschiedenen Monaten gekommen sind, falls ihr dem Kanal gefolgt seid, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was ist in diesem Jahr eigentlich so passiert. Das ging los mit den ersten Theory-Crafting-Videos, damals Wiederbelebung in D&D. Es gab ja vorher schon mal den Videopodcast, den ich mit Henry und Basti zusammen gemacht habe, aber seit ich weggezogen bin, beziehungsweise die beiden nicht mehr so viel Zeit hatten, ist das so ein bisschen eingeschlafen und da ging es wieder los, dass ich sozusagen Solo-Videos darüber gemacht habe. Damals auch das Unboxing-Video für das D&D-Gift-Set, das rausgekommen ist für die Influencer. Das hatten ja die Wizards uns dann aus Amerika geschickt. Das haben viel zu wenig Leute gesehen, was war, glaube ich, voll das gute Video, weil ich da auch echt zehn Stunden reingesteckt habe oder sowas für vier Minuten Video, aber irgendwie ist es voll untergegangen, voll schade. Dann ist damals auch die erste Folge Pray and Paper mit Caradine rausgekommen, wo wir dann also über Glauben und Kleriker- oder Paladinspielen im Rollenspiel gesprochen haben. Und das letzte Video zum Charakterbogen von Freude-Schöner-Götterfunken, der Kontrastmodus, der inzwischen bei World 20 Fest implementiert ist, den wir damals in den Charakterbogen eingebaut haben, weil es das vorher noch nicht gab, das sage ich deswegen auch, weil Freude-Schöner-Götterfunken beziehungsweise der Donnerhaus-Verlag nachher noch ein, zwei Mal fallen wird. Im Februar kam das Solo-Abenteuer raus, diese Kobold-Plage, was ich leider bis jetzt nicht weitergeführt habe, weil es sehr aufwendig war, das zu erstellen, aber voll gut war. Also es lief auch richtig gut. Das hat 750 Aufrufe inzwischen oder sowas, das erste Video. Also es haben viele Leute angefangen damit und das gespielt. Ich habe es auch probiert. Ich fand es super. Es war schon echt cool. Ich muss das mal wieder machen. Deswegen haben wir übrigens auch viel mehr Videos tatsächlich in diesem Jahr erstellt. Also 151 plus die 30 sind ja, also die 180 ungefähr, sind die offiziellen Videos. Insgesamt sind es um die 230 Videos rausgekommen mit den nicht gelisteten und so. Im April gab es den April-Scherz. Da hatten wir sogar zwei gemacht. Du hattest einen erstellt. Ich hatte einen erstellt, beziehungsweise wir hatten das so ein bisschen Crossover gemacht. Das war auf jeden Fall cool. Und im April ging es auch los mit den Gewinnspielen, weil Road 20 dann diese Codes rausgehauen hat. Die nach wie vor passieren, etwas selten in der letzten Zeit, weil weniger neue Sachen rausgekommen sind, weil ich das meiste schon mal mindestens einmal verlost hatte. Aber das wird auf jeden Fall auch weitergehen. Im Juni habe ich mit Buchtipps-Videos angefangen. Das ist auch wieder ein bisschen eingeschlafen. Aber da will ich auf jeden Fall auch nochmal weitermachen. Also Bücher, die ihr gut für euer Rollenspiel gebrauchen könnt, mit denen ihr eure Welten entwerfen könnt. Aber eher so Romane. Das heißt, ihr habt was Cooles zum Lesen, kriegt gleichzeitig eine coole Idee dafür, was ihr dann im Spiel möglicherweise anwenden könnt mit Anwendungsbeispielen und für welches System das auch geeignet ist. Im Juli haben wir das neue Logo bekommen. Ich blende das gerade mal an der Stelle ein. Das neue Hit-Dice-Logo, das ist sozusagen das richtige Hit-Dice-Logo. Vorher war es ja eins aus so einem Stockfoto. Das hat Arike für uns erstellt. Wunderbarer Künstler. Ja, toll. Und seitdem benutzen wir das. Und in der Zeit ist auch das Kanalbanner von Chiraki rausgekommen, das wir also auf unserem YouTube-Kanal verwenden. Das man übrigens als Poster auch über unseren Merch bestellen kann. Das habe ich Basti übrigens gestern als Geburtstagsgeschenk geschenkt, das Poster. Das hat er uns geschenkt, ne, Chiraki? Ja, das war ein spätes Geburtstagsgeschenk sozusagen. Im August kam dann unser erstes Messe-Video, weil ich auf der Gamescom so viel aufgenommen habe, denn da sind wir auf der Gamescom gewesen, kommen wir gleich auch noch mal kurz zu. Das war auch ganz spannend. Troubleshooters ist im September so das Thema gewesen, weil da das Crowdfunding lief. Mit Green Gorilla haben wir da viel gearbeitet. Seit Oktober mache ich Shorts. Das war noch so ein bisschen, da hatten Martin und Dicke uns auf das Spiel getroffen. Wir sind den ganzen Tag mit Saskia und Jens von Luch und Lama unterwegs gewesen. Und wir hatten danach noch ein langes Gespräch im Auto, dass ich noch so ein leicht, ich will nicht depressive Phase hatte, aber so gedacht habe, boah, irgendwie möchte ich mit meinen Videos auch noch ein bisschen was anderes machen und humoristischen Kram machen. Seitdem mache ich das. Und es läuft gut. Ja. Das läuft wirklich gut. Also es läuft so gut, dass bei TikTok eins der Videos sogar 200.000 Aufrufe hatte, also das erste Mal sozusagen ein bisschen viral gegangen ist. Total verdient. Ich finde die Sachen tierisch. Die sind auf jeden Fall lustig. Also wenn ihr die Shorts noch nicht kennt, guckt euch die mal an. Das ist anderer Content. Das ist das, was ihr sonst von uns seht. Aber sehr witzig, glaube ich. Ja, im November war dann das erste Let's Play, das ich als Spielleiter mit den Wizards of the Coast geleitet habe, zur Starterbox. Und im Dezember ist dann unser, ist ein weiteres Let's Play gewesen, das ich deswegen nenne, weil es mir einfach am besten gefallen hat von all den Let's Plays in diesem Jahr. Also von, es waren viele Gute dabei, aber dieses Spelljammer-Ding war so todeswitzig. Das war so lustig. Ich habe es gesehen. Ich habe Tränen gelacht. Dann schaut euch das an. Ihr könnt die erste Stunde, sage ich jetzt mal, da ist Schiffskampf, weil ich da ein bisschen erklären wollte, wie das funktioniert, in Spelljammer halt auch aktiv angewendet, vielleicht so ein bisschen überspringen. Ihr guckt die ersten fünf Minuten, dann den Schiffskampf einfach drüber springen und dann guckt ihr euch einfach nur den Roleplay-Bereich an. Das ist so todeswitzig gewesen. Das lohnt sich wirklich. Ja, und das ist so ein bisschen das, was thematisch in diesem Jahr passiert ist. Ja. Ich sage nur, dass Neil fährt. Ah, dass Neil fährt. Neil fährt war so genial. E-Mover, genial. Also Drunken Monkey, wenn ihr den noch nicht kennt, guckt euch den auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da vorgesessen. Ich habe das, glaube ich, auch sogar zum größten Teil live gesehen. Ich habe mich wirklich schlapp gelacht. Ich saß hier und meine Frau kam rein. Warum lachst du eigentlich die ganze Zeit? Das war sehr, sehr spannend. Hat mega Bock gemacht. Aber unser Let's Play hat auch Lust gemacht. Und da können wir auch mal gerade fragen, ob Let's Plays für euch interessant wäre. Dass wir da mehr machen, meinst du, ne? Ja, genau. Ja, grundsätzlich machen sie auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Das ist eine andere Form von Content einfach, ne? Wir haben ja auch mit dem Kyoshi eins gemacht. Das stimmt. Das ist mir eingefallen. Ja, das stimmt. Das war auch ein D&D-Let's Play, ne? Genau. Ich habe mich irgendwie ein bisschen überblättert. Mit dem Leuchtturm und den Vampiren irgendwie. Mit Basti auch noch, ne? Genau. Auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Das hat Kyoshi echt schön geschnitten und mit Musik und Sound-Effekten unterlegt. Das ist auch echt gut geworden, weil es mal nicht einfach nur Let's Play von vorne nach hinten durchgecuttet ist oder sowas als One-Take, sondern wirklich vernünftig aufbereitet worden ist. Ja. Also künstlerisch fast. Ja, doch. Ich finde auch, das hat er echt klasse gemacht. Abgesehen davon, dass er auch wunderbar leitet. Meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Wenn er in der letzten Zeit nicht so viel zu tun hätte durch Jobwechsel, zweites Kind und all diesen Krams, dann wäre der ja auch deutlich aktiver. Aber das waren so die Gründe, die dazu geführt haben, dass Kyoshi im Moment nicht ganz so viel auftaucht. Er will aber wieder sehr aktiv im Januar dabei sein. Also keine Sorge. Na, mit Kindern. Mal sehen. Aber ich hoffe, er kommt bald wieder dazu. Ja. Das können wir, glaube ich, schon ganz klar sagen. Liebe Grüße an der Stelle. Genau. Aber es ist halt auch einfach so, er hat auch sehr hohe Ansprüche an das, was er als Video bringen will. Und Videoqualität ist ja auch was, finde ich, wofür Hit-Eyes so ein bisschen steht. Oder zumindest etwas, was ich auch vorantreiben möchte. Das ist eine meiner Hauptmotivationen eigentlich gewesen von Anfang an. Ich will immer besser darin werden, Videos zu machen oder bessere Videos bringen. Und ich habe das Gefühl, dass wir das auch hinkriegen. Also die Videos werden, glaube ich, cinematischer und heben sich inzwischen von vielen Kanälen ab, weil es nicht einfach nur zeigen ist oder sowas oder einfach nur in die Kamera sprechen ist, sondern Zeugs dazu gekommen ist. Ich finde, dass du dich megamäßig entwickelt hast, wenn ich das sagen darf. Ja. Aber das kommt auch durch, ich finde auch durch die Shorts, du lebst ja auch so eine lustige Seite hinter mir aus, aber das kommt so ein bisschen auch in die anderen Videos mehr rein. Oder vielleicht, dass du auch anderen Content bevorzugst. Mein Eindruck. Ja, das stimmt. Aber es ist auch so, wir hatten ja vorhin schon einmal Patreon angesprochen, vielleicht an der Stelle mal, um das anzustoßen. Also dieser ganze Videokram, den wir so machen, das kostet halt natürlich auch Geld. Wir brauchen Lizenzen für die verschiedenen Programme, die wir benutzen. Also ich benutze ja zum Beispiel diese Adobe Creative Cloud und Premiere zum Schneiden der Videos, weil ich es brauche für bestimmte Templates, die ich verwende. Diese Sachen kosten auch wieder Geld. Inzwischen, also ich habe in diesem Monat, in diesem Monat, in diesem Jahr, ich glaube 300 Euro oder sowas bei Envato gelassen. Für Sachen, die ich brauche, um die Videos dann so schneiden zu können, wie ich das will, mit den ganzen Effekten und allem drum und dran. Und inzwischen habe ich mir da so ein Abo geholt. Das kostet ein paar Euro im Monat, so 10, 15 Euro oder sowas, wo ich dann jede Menge Videotemplates bekomme, Videomaterial und sonst was, was ich dann halt mit Lizenz verwenden kann, aber was halt kostenpflichtig ist, was man nicht einfach kostenlos im Internet findet, weil die Qualität einfach deutlich höher ist. Und das einfach der Schritt war, der jetzt kommen musste, wenn ich an den Videos noch mehr schrauben möchte, dann reicht nicht mehr das Zeug, was man kostenlos im Internet bekommt. Und wir machen ja relativ selten irgendwie was zu Patreon oder sowas. Also nicht nur, was Martin schon sagt, der ist auch darauf angewiesen, auch bei uns ist es so. Es wäre natürlich schön, wenn ihr sagt, ihr guckt unsere Videos gerne und sagt, ihr findet auch den Qualitätsanwachs gut und sagt, ihr möchtet uns da ein bisschen unterstützen, wäre ich ganz froh, wenn es zumindest wieder kostendeckend wäre, denn im Moment arbeite ich so gerade hart an der Grenze zu dem, was der Kanal einbringt. Das geht im Prinzip eins zu eins schon wieder in Lizenzen oder Materialien rein. Da bleibt nichts mehr über. Nee. Also ganz gar nichts mehr. Ich wollte mir seit zwei Jahren eigentlich schon mal eine vernünftige Kamera kaufen. Geht gar nicht, weil das alles weggeht in diese Videoprojekte. Ja. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt schlimm, aber auch ein bisschen, also es wäre schade, wenn es irgendwann mal anders wäre. Also wenn ihr sagt, ihr wollt gerne Patron werden, habt dadurch nochmal einen anderen Kontakt, andere Zugänge, dann schaut doch gerne mal auf unserem Kanal vorbei und schaut auch gerne bei Martin vorbei, wenn ihr mehr von seiner Musik wollt oder da mehr unterstützen wollt. Wenn ihr sagt, ihr benutzt es sowieso ständig, tun euch ja vielleicht die zwei, drei Euro im Monat auch gar nicht weh. Uns hilft das auf jeden Fall ungemäß. Ja. Also zehn Leute, drei Euro sind 30 Euro. Das muss man wirklich einfach ganz klar sagen. Und im Monat deckt das der Jahreskosten. Ja. Ich habe auch ein paar Abonnements abgeschlossen und auch einiges an Geld ausgegeben letztes Jahr für Schnittprogramme, für Kameras. Also ich habe schon geupdatet, wobei man es jetzt gerade nicht sieht, weil es gerade mal nicht funktioniert, so wie ich es möchte. Aber ja. Kann ich mir vielleicht auch neu kaufen, weil mir ist jetzt nämlich eins von den zwei Smart Loves, die ich habe, kaputt gegangen vor wenigen Tagen. Schön zwei Jahre und zwei Wochen nach Kauf. Ja. Aber du kannst es versuchen, bei Rode noch mal einzuschicken. Die sind manchmal Kollegen. Das könnte ich wirklich mal versuchen. Es kommt einfach kein Signal mehr durch. Ja, Kabel wahrscheinlich. Ja, wie das so ist. Ja. Wir haben uns ja auch am Anfang des Jahres kennengelernt, wenn das jetzt gerade in den zeitlichen Ablauf passt, persönlich zum ersten Mal. Das stimmt. Also das erste Mal richtig gesehen. Das war zur Burg Bräuberg. Genau. Das war das erste Mal. Das war das erste Mal. Das große, große Lurch- und Lama-Country. Genau. Das war auch echt ein Highlight, weil wir haben, glaube ich, die ganze Fahrt nur gequatscht. Ja. Und wir haben angefangen, Short-Videos zu machen, auch wenn es damals eher so Rumlaber-Zeugs war. Aber das war auf jeden Fall auch richtig gut. Das stimmt. Das hat Spaß gemacht. Ja. Das war generell ein geiles Event. Also wenn ihr überlegt, ihr fahrt gerne auf Cons und ihr macht gerne irgendwie auch mal was mit Übernachtung und ganz viel Rollenspiel und Vorträge und spaßiges Zeug mit coolen Leuten, dann schaut euch mal dieses Burg Bräuberg-Event von Lurch und Lama an. Das ist mega gut. Ja, ist es. Genau. Bei der Spiel haben wir uns auch den ganzen Tag gesehen. Da hatten wir gerade schon einmal kurz drüber gesprochen. Und natürlich bei der Gamescom. Da war ich ja nur einen Tag, aber du warst länger da, glaube ich. Ja, ich war mehr Tage da, genau. Also praktisch nach der Arbeit sofort hingestartet, als ich konnte und war dann halt drei Tage da. Ja, drei Tage. Machen wir im nächsten Jahr ja auch wieder. Das wird richtig großes Kino. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin nächstes Jahr auch länger dabei. Ja, cool. Ja, also ist geplant zumindest. Ja, es liegt leider wieder nach den Sommerferien. Ich kann also wieder erst am Freitag hinfahren, aber das wird auf jeden Fall groß. Also Gamescom, schreibe ich das auf die Fahne, wird noch größer als in diesem Jahr sein, weil die das so cool fanden, was wir gemacht haben. Und dementsprechend werden wir mit mehr Leuten, mit mehr Standfläche da sein und können euch noch mehr über mehr Rollenspiele erzählen. Ja, aber ganz viele verschiedene Systeme wurden ja auch vorgestellt. Auch wieder eine Kooperation mit Luchun Lama, die super geklappt hat. Ja. Ja. Das stimmt. Und generell Kooperationen sind so ein Thema auch in diesem Jahr gewesen. Mit welchen Verlagen hast du sonst noch so gearbeitet? Jetzt haben wir ja nicht nur YouTube-Kooperationen, sondern ja auch andere Leute, also die davon so richtig, richtig leben. Ich habe jetzt in einem der letzten Videos, das ist aber bei mir auf den Kanal gekommen, habe ich mit dem Ralf Kurziefer zusammengearbeitet. Das ist so ein bisschen Herzblutthema von mir, wenn es um Kreativität geht. Und deswegen kommen diese Sachen, also nicht, weil es Herzblut ist, sondern weil es um Kreativität, um Musikalität geht. Das kommt immer alles auf den D20-Sounds-Kanal. Das war eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte irgendwann bei Luchun Lama, wo ich auch zu streamen, also wo ich auch streame und öfter mal zu sehen bin, habe ich so die Idee gemacht, schreib doch mal eine Geschichte zu meinem Song. Und das kam so irgendwie rum, als ich mit Shiraki im Chat war. Und das haben tatsächlich auch einige Leute gemacht. Und es kamen echt total tolle Geschichten mal rum. Wir haben auch ein paar Preise verlosen können dann. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es wäre toll, wenn wir jetzt nochmal eine Geschichte rausnehmen und dazu nochmal was machen. Und das haben wir auch gemacht. Dann habe ich diese Geschichte, durfte ich mir ausleihen für den Stream. Die Ivi, die die geschrieben hat, kam auch dazu. Und wir haben nochmal, eigentlich haben wir zu viert gewesen, aber leider ist die Mel krank geworden, hat aber ihren Song geschickt vorher. Corona natürlich. Und dann habe ich einen ganz spannenden, wie ich fand, einen ganz spannenden Stream mit Alf Kurzsiefer und mit Ivi gemacht und leider mit einer abwesenden Mel. Und wir haben ganz viel darüber gesprochen, wie man Rollmusik schreibt und verschiedene Herangehensweisen gesehen. Das hat mir mega Spaß gemacht. Das war eins meiner Video-Highlights dieses Jahr. Es stehen so ein paar Sachen in der Leitung. Mittlerweile nehmen die Leute mich wahr und sprechen mich immer mehr an. Dann lege ich einfach mal los. Also zum einen hatte ich für, ich gehe so ein bisschen von klein nach groß, glaube ich jetzt, für Uhrwerk hatte ich ein Video gemacht. Da hatte ich Cat mit drin, zu Fateforge, als das im Crowdfunding war. Da hatten die mich gefragt, ob ich da was machen kann. Ja? Ja, da klingelt es natürlich. Das war auch eine lustige Aktion, weil Mariano dann gerade hier war und die anrief, bei Mariano, kannst du eben was machen? Und er sagte, ja, ich bin gerade im Tonstudio. Und dann haben Mariano und ich das Ding da gemacht eben. Also er hat es eingesprochen, ich habe ein bisschen Regie gemacht. Das war sehr spannend. Du musst vielleicht nochmal sagen, was für ein Ding ihr da gemacht habt? Den Trailer, oh Gott, was war das? Trailer zu Fateforge Crowdfunding, ne? Genau. Ja. Ich habe einen offiziellen Trailer vertont. Für Uhrwerk. Für Uhrwerk. Ist ja nix. Ich weiß nicht. Ist das was? Natürlich ist das was. Klar. Das ist auch mega cool gewesen. Ja, sonst für Truanspiele habe ich relativ viel gemacht, für die ganz viele verschiedene Systeme. Die sind ja auch cool, oder? Ja, also Kult natürlich sowieso schon. Cyberpunk jetzt neu dabei. ist Mittwoch ein Video rausgekommen und ein zweites habe ich noch in der Pipeline und da passiert ja auch noch was. Witcher ist einiges passiert in dem Jahr. Alles mögliche einfach gefühlt, ne? Und der eine Ring. Und der eine Ring. Das ist richtig geil im nächsten Jahr. Ja, Green Gorilla. Troubleshooters. Halt auch ein großes Thema gewesen. Da habe ich auch einige Videos gemacht und mit denen gearbeitet. Und zu Little Wizards habe ich auch noch am Ende des Jahres was gemacht. Sehr empfehlenswertes System, wenn ihr mit Kindern spielen wollt. Dann war eine Kooperation mit Rule of Chaos da. Die haben für, also auf Basis der 5E-Regeln was rausgebracht, wenn man Dämonen spielen möchte in D&D. Wie man das machen kann. Sehr cooles Ding, was jetzt auch aus dem Kickstarter raus ist und bald dann die Sachen rauskommen sollten. Zumindest schon mal in der digitalen Variante. Ein Donnerhaus mit Freude schöner Götterfunken, was ja jetzt auch verschippert wird. Gut, da passiert auch im nächsten Jahr einiges. Das ist auch wieder mehr Ausblick schon fast. Aber da werde ich auch wieder aktiver sein. Für die hatten wir ja den Roll20-Bogen gemacht und die Umsetzung davon bei Roll20 und sowas. Ratet mal, wer daran arbeitet. Manifest Games. Im Moment, ich habe jetzt ein Video aufgenommen, gerade zu seinem ersten System, zu FUG. Und werde das darin vorstellen. Das wird irgendwann im Januar erscheinen, denke ich. Und da passiert natürlich viel mit seinem neuen System, an dem du ja auch stark mit arbeitest, was Musik angeht. Also was heißt dein neues? No Return ist nicht ganz neu, aber die zweite Edition ist neu. Ja, da kommen, glaube ich, ein paar echt mega geile Sachen bei raus. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon Unterlagen bekommen, damit ich mich so ein bisschen einfühlen kann. Und ich finde das ganze Szenario, auch wie Manni das macht, finde ich echt mega cool. Ja, das stimmt. Dann gab es noch eine kurze Korb. Da hatte ich auch die Verleger von New Hong Kong Story mit dabei, bei einem Video. Ein Stream über Foundry habe ich gemacht, mit Tom zusammen, bei Lurch und Lama ist der erschienen und als Video bei uns auf dem Kanal. Dann natürlich weiterhin die ganzen World-20-Sachen. Das wird auch weiterhin laufen im nächsten Jahr. Gehe ich zumindest ganz fest von aus. Das wird mich wunderwendig. Und natürlich die Kooperation mit den Wizards. Die Hit, da ist jetzt als offiziellen Kooperationspartner beziehungsweise als offizielle Influencer in Deutschland für D&D führen. Da hatte ich das erste Gespräch nach dem Let's Play im Dezember mit Jens zusammen am 10.01. Da habe ich Jenna kennengelernt, sozusagen offiziell nochmal im Gespräch und seitdem ein paar Mal wieder mit ihr gesprochen. Also sie und Sabrina sind ja sozusagen die Wizards Deutschland. Mega, ja. Das war auch lustig im Let's Play, dass da einfach mal Wizards vorbeikommen, so privat. Ja, das war schon verrückt. Das muss man dann auch erstmal machen. Also nicht nur mit denen gespielt zu haben, sondern jetzt inzwischen auch für sie gespielt leitet zu haben. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ja, aber die sind auch total unkompliziert, finde ich. Ja, das stimmt. Und nett. Auf jeden Fall. Fand ich total klasse. Sehr freundlich, das stimmt. Ja. Dann gab es noch so außer-hit-deicige Events, sage ich jetzt mal, bei Lurch und Lama, der Il-Waradin-Stream, der zu Ende gegangen ist und blutige Segel, was losgegangen ist. Mega krasse Projekte und richtig, richtig gutes Rollenspiel. Vor allem, wenn ihr euch für Let's Plays, für Pathfinder oder D&D interessiert, weil es ist doch relativ nah dran. Vom Spielgefühl her ist es ein starker Rollenspiel-Stream. Wir kämpfen zwar auch, aber auch die Kämpfe sind von Rollenspiel stark durchzogen. Werd euch da definitiv nicht langweilig. Und ich kenne halt Leute, die machen echt gute Musik zu. Ja, das war auch echt ein Herzblutprojekt, muss ich sagen. Also dafür die Musik zu schreiben, das hat schon unfassbar Spaß gemacht, weil das, was ich an Material bekommen habe von Chiraki und von Jens, einfach total lebendig war. Also man hat irgendwas durchgelesen oder man hat eine Idee gehabt zum Song und konnte es sofort umsetzen. Und natürlich habe ich mich auch von gängigen Sachen inspirieren lassen, aber ich glaube, ich habe trotzdem einen schönen eigenen Weg gefunden, um die Musik piratenmäßig zu machen. Und dann waren Jens und Mariano waren ja auch noch hier und wir haben zwei Songs eingesungen. Das stimmt, die waren auch richtig gut. Du hast auch noch gar nichts zu deinen Community-Songs gesagt. Die habe ich noch nicht. Das war, das kam auch, also ich habe, ja, es war ein bisschen spät alles geworden durch die Arbeit für Blütige Segel. Das hat sich einfach so ein bisschen gezogen. Und mittlerweile sind es, glaube ich, neun Songs. Ihr habt, glaube ich, erst drei oder vier gehört, soweit ich weiß. Und es sollen tatsächlich ungefähr 20 werden, 15 bis 20, alles in allem. Und dann hatte ich die Idee, ich könnte den Community-Song ja mal anders machen und habe einfach in der Community von Lurchen Lama gefragt, ob es Leute gibt, die Lust haben zu singen und habe einen Song geschrieben, den ich letztes Jahr bei uns gemacht habe. Da habe ich mich einfach mit der Gitarre eben vor die Kamera gesetzt und den Song mal so halb improvisiert und halb war er aufgeschrieben. Zum Weihnachtsvideo, ne? Ja, zum Weihnachtsvideo über einen Paladin, der in ein verseuchtes Dorf kommt und alles gibt. Aber vielleicht hört er den Song selbst. Der ist so gut geworden. Ja. So gut geworden. Es hat, ich habe dann viel Herzblut und Schweiß da reingetan und alle, die mitgemacht haben, hätten mehr sein können. Es sind viele ausgefallen, weil sie krank waren. Bei dir hat man es auch ein bisschen... Ich habe auch ein bisschen heiser gesungen. Boah, brutal. Ich dachte mir, warum singt der so tief? Und dann fiel mir ein, der ist heiser. Aber es klingt gut. Ich bin zufrieden gewesen mit dir. Du kannst hierher kommen zum Singen nächstes. Ja, nächstes Mal mit und bei dir im Tonstudio. Ja. Das war auf jeden Fall eine tolle Aktion. Es hat total Spaß gemacht. Und wir haben echt ein paar Talente gehabt in der Community. Was habe ich noch gemacht? Ich habe einen Übersetzungsauftrag in den Sommerferien bearbeitet, in meinen Sommerferien. Ich weiß gar nicht, wenn du das immer alles machst. Ja. Vampire Chapters. Das wird ja auch auf Deutsch rauskommen. Und ich war mitbeteiligt an der Übersetzung. Das war auch ziemlich cool. Hat viel Zeit gekostet. Ich habe echt viel gemacht. Aber das war spannend. Ja, und ich habe einen Schreibauftrag in Januar diesen Jahres abgeschlossen für Chris. Was heißt im Januar abgeschlossen? Nein, den habe ich über das halbe Jahr gefühlt irgendwie noch weiter bearbeitet. Da wird ein großes Abenteuer also wirklich umfassend rauskommen unter Spielpädagoge, aber von mir als Autor und freut euch drauf. Das ist ein Abenteuer zu einem Stadtfest und das ist, glaube ich, sehr witzig geworden und sehr kreativ. Also ich bin Fan von meinem eigenen Abenteuer tatsächlich. Lassen Sie es uns spielen dann, wenn es soweit ist. Ja, wenn das raus ist, dann werden wir es auf jeden Fall let's playen. Das ist doch Bescheid. Ja. Ja. Und das waren so die großen Projekte. Fällt dir noch irgendwas ein oder gehen wir in den Ausblick? Ich gucke mal eben, ja, ich habe letztes Jahr angefangen, die Heldenserie zu machen, also die Helden in D&D. Oh ja, das war cool. Weil ich viel gelesen habe. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünschte, ich hätte schon Folge 2 und 3 gemacht. Aber vielleicht könnt ihr auch mal einen Kommentar hinterlassen, ob euch das gefallen hat, ob ich das überhaupt machen soll, weil es muss ja nicht sein, dass meine Begeisterung für euch auch das Richtige ist. Aber ich meine, die Videos sind gut angenommen worden. Und ich glaube, ganz gute Aufrufzahlen. Also vielleicht habt ihr ja auch irgendwen gerade im Kopf und denkt euch, boah, darüber könnte Martin doch gerne mal was machen. Ja, auch eine gute Idee. Es ist natürlich irgendwie so ein bisschen in der Historie und in der Lore rumkram, aber vielleicht wollt ihr ja gerade diese Helden mal einbauen in eure Abenteuer. Dann ist sowas natürlich eine perfekte Vorlage, weil ihr schon eine ganz klare Idee davon habt, wer das eigentlich ist und diesen NSC nicht erst mal irgendwie von der Basis an aufbauen müsst. Es gibt dann dazu was. Das hat auch mega Spaß gemacht. Also zumal ich ja jahrelang eigentlich keine Rollenspielgruppe hatte, weil ich immer auf Tour war als Musiker und immer die Bücher gelesen habe als kleine Ersatzbefriedigung und jetzt so ein bisschen daraus schöpfen kann, dass ich alle 30 Romane von R.A. Salvatore gelesen habe oder sowas. Ich glaube, es sind ungefähr 30. Ja, aber ich habe natürlich noch einiges mehr in mich verschlungen. Dann sind wir also bei dem Ausblick. Ja. Und zumindest von dem wir jetzt schon wissen und worüber wir reden können. Das ist ja auch so eine Sache. Wir können ja nicht über alles reden, aber über ein bisschen was können wir reden. Dann mache ich auch ein bisschen Kurzfassung. Also Roll20 wird natürlich weiterlaufen. Ich sehe zu, dass ich ein bisschen mehr API-Skripte im nächsten Jahr wieder vorstelle. Das ist etwas eingeschlafen. Ich habe Roll20 viel benutzt für Reviews, aber dann ging es gar nicht so sehr um Roll20 selber, sondern dann habe ich die neuen D&D-Sachen oder sowas darin gezeigt und darin was erklärt, dass man das ein bisschen in Zahlen so sehen konnte. Ich versuche da wieder ein bisschen aktiver zu werden auf jeden Fall. Was ich auch auf jeden Fall machen möchte, ist wieder mehr zu zeigen, was es so noch an zusätzlichen Unterstützungssachen gibt, die euch helfen können, eure Spiele aufzubauen, woher ihr hier Bilder bekommen und alles Mögliche, was ihr einbauen könnt und wie man das machen kann. Da wird auf jeden Fall was passieren. Also der VTT-Bereich ist nicht tot. Natürlich wird weiter durch die Kooperation mit den Wizards viel zu D&D passieren, weil halt auch einfach die Sachen gut geklickt werden und ihr das anscheinend gerne seht, Torenspiele wird auch weiterlaufen. Es wird was zu Witcher rauskommen, es wird was zu Cyberpunk rauskommen, es wird definitiv was zu der einen Ring rauskommen und was mir dann sonst noch so gefällt oder anfallen wird, da wird definitiv was kommen. Mit den Storypunks habe ich auch schon gesprochen, das sind die, die City of Mist übernehmen, die Lizenz, die jetzt zum Ende des Jahres bei Torens läuft, machen die dann neu und mit denen bin ich schon im Gespräch, dass ich da auch neue Videos zu machen werde, denn da wird ja bald ein Crowdfunding stattfinden und das möchte ich ein bisschen zumindest mit Videos unterstützen, also nur passive Begleitung sozusagen, aber die sind auch sehr freundlich und ich bin sehr froh, dass es das System weiterhin geben wird. Green Gorilla, mit denen werde ich auch weiter zusammenarbeiten, erstmal wird ja jetzt Troubleshooters zu Ende gebracht, aber es wird da ja auch neue Übersetzungen von fertigen Abenteuern und sowas geben und da halte ich euch auf dem Laufenden und Lizenz Lohlsatz bekommt auch ein neues Abenteuer im nächsten Jahr, da werde ich auf jeden Fall auch was zu machen, wenn ich kann. Donnerhaus, wie gesagt, die sind auch jetzt dabei, zum einen Freude, schöner Götterfunken zu erweitern, dass mehr kommen wird und es wird da auch ein neues, großes Projekt geben, wo ich mich sehr darauf freue, wo ich aber noch nicht viel zu sagen kann und natürlich Manifest Games, No Return, wenn das dann anläuft mit dem verschobenen Kickstarter, was aber definitiv kommen wird oder Crowdfunding, da werde ich auf jeden Fall auch mit dabei sein und was auch ganz cool ist, Manni ist im Moment dabei, das Buch noch zu erweitern um coole Sachen und ich werde im Buch in gewisser Weise auftauchen, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Bist du da auch mit in seiner Cloud? Ja, Ja. Ja, cool. Ich bin sofort eingespannt. Dann sehen wir uns da also auch wieder. Ja, also einige große Sachen im nächsten Jahr, die jetzt schon ein bisschen bestimmen, was so kommen wird auf dem Kanal, aber natürlich wie sonst auch weiterhin Tutorials mit Zeugs, das uns einfach gut gefällt und Themen, die euch hoffentlich interessieren und die dürfen natürlich gerne, wir hatten es am Anfang schon gesagt, in die Kommentare reinschreiben, was wir machen sollen, wozu wir mehr machen sollen, worauf ihr Bock habt, damit wir euch das Zeug bieten, auf das ihr am meisten Lust habt. Ja, das Gleiche gilt für meinen 20 Sounds Kanal, auch natürlich. Schreibt einfach, wenn ihr einen Song haben wollt, erwartet bitte nicht, dass er innerhalb von einer Woche fertig ist, weil ich lade natürlich auch schon im Vorfeld schon was hoch, aber oft mache ich das auch so, wenn mir jemand anschreibt, mit einer coolen Idee, dass ich ihm den Song einfach zuschicke zum Beispiel. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass du die Zeit nehmen konntest, Martin. Danke, dass wir es zusammen machen konnten, war schön. schließen wir jetzt dieses Jahr 2022 und freuen uns auf ein schönes Jahr 2023 mit euch. Ja, genau. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.